Seid ihr alle bereit? Auch Kai hier. Ja, los jetzt. Also, ja, Basti hat eine Mod-Review zu diesem Mod gemacht, Basti, der Mod. Und dann hat er gesagt, ja, Battle, also wer ein Battle macht, macht er gern mit. Und das habe ich halt gemacht mit meinem Kollegen, mit meinem Kollegen, Klimhahnflp. Wie er jetzt extra die Freund sagen will. Liebeswürdig. Für dich mache ich das nicht. Genau, Kollege. Und, ja, es gibt vier Zweierteams. Es gibt insgesamt neun Biosphären mit dem Spawn. Am Spawn darf man nichts abbauen. Auf den anderen Biosphären darf man abbauen und Basen bauen, etc. Das steht alles hier dran. Also, die Regeln stehen nicht dran. Hier haben Spawn. In diesem Kreis. In diesem Sport ganz viele Kuppeln. Es gibt ganz viele Kuppeln. Ja, es gibt ganz viele Kuppeln. Es gibt insgesamt Kuppeln, die haben wir, also acht Kuppeln, in denen du abbauen darfst. Und dann einen nochmal den Spawn. Hier darfst du nichts abbauen, in den anderen Kuppeln darfst du abbauen und ähnliches. Und dann gibt es noch kleine, kleinere, ja so, Erzebälle praktisch. Da sind Erze drauf. Zu denen darf man sich hinbauen und man darf nur in diesem Radius bleiben. Also, man darf sich nicht zu den anderen Kuppeln bauen, wo die Wege abgetrennt wurden. Denn wir haben die Wege abgetrennt. Man darf praktisch nur zu den Kuppeln, wo die Wege sind. Und man darf sich zu den vier Erzekugeln hinbauen. Und das war's schon. Können wir jetzt anfangen? Okay, dann gibt es noch einen eigenen Channel. Ähm, was ist das für eine Mod? Biosphäre. 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 Dann gibt es noch einen Channel, einfach. Jetzt kommst du in ein. User left to your channel. Eins. Wod. Wir bleiben hier, Gäse. Schnell, ich bin blau. User left to your channel. Ja, geil, ich komm nicht rein. Ja, ich auch, ne? Ja, und ein privater Lama-Ecken. Achso, witch witche, move mich mal. Nein, ihr könnt in private Lama-Ecken reingehen. Ihr könnt in private Lama-Ecken unten reingehen. Zwei Leute. Wo ist hier eine private Lama-Ecken? Da unten. Ganz unten. Channel switched. Jetzt warten wir noch auf Shlendy, bis der gerallt hat. Wo ist der? Hast du es gerafft? Wunderbar. Ach, das war, ich dachte ganz, ganz unten. Okay, ja? Nein. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier wird. Also, ja, ich hab diese Mod-Review da gemacht und hab halt gesagt, wer Bock hat, was zu organisieren, der macht das halt mal gerne so als Event, mal was mit Abonnenten zu machen. Jetzt ist irgendwie Weißweiß und Liesela dabei. Haben sie halt organisiert und so. Und dann hier der Spick-Play und der O-Nur-Eins und der Berkay-Player und der Gigant 05. Äh, was? Ach, wir müssen unser Zeug. Das Zeug aus der Kiste. So. Ich nehm die rechte Seite. Ähm, du hast einen Keks zu viel. Was? Ich nehm einen Keks zu viel? Ja. Da ist noch was drin in der Truhe. Gib mir drei Kekse. Okay, du kriegst drei Kekse. Meinetwegen. So. Äh, mein Team-Partner ist der... Nimmst du eigentlich schon auf? Äh, ja. Äh, keine Ahnung. Wie hat er das jetzt gedacht? Wir schlagen uns unten durch. Ich TP jetzt. Ah, okay. Er TP't jetzt. Wir sind breit. Wir sind breit. Okay. Ähm, also ich hab absolut keine Ahnung von der Mod. Du musst mich da so ein bisschen führen. Beziehungsweise von der Bio-Mod. Das ist kein Mod. Ähm, der Mod ist an sich nur, äh, der die Welt erstellt. Es gibt nur diese Kuppeln und jede Kuppel hat ein bestimmtes Biom und dann kann man Sachen, äh, abbauen. Okay, ich wurde runter teleportiert und weiß, weiß, wird von Schweinen, äh, von Skeletten angeschossen. Ja, sehr geil. Jetzt ich auch. Ich will da auch runter. Warte mal. Das glaube ich anscheinend nicht. Ich bin unten. Ich hab das Closedone abgebaut. Okay, auch eine Möglichkeit. Ah! Was tun die? Ich hab keine Ahnung. Ich bin mindestens genauso verwirrt wie du. Ey! Jetzt bin ich tot. Was soll das? Was soll das? Geil organisiert, sag ich nur. Was? Ich sag nur geil organisiert gleich am Anfang. Ah! Geplant. Ah! Ich glaube ich nicht mehr. Hey, das ist auch scheiße, Mann. Also ich find's witzig. Das ist doch mal ein guter Start in sowas. Boah! Guck mal, wo ich bin. Ich seh dich nicht. Guck in die Kuppel. Guck dich oben in der Kuppel. Du bist bei mir nicht oben in der Kuppel. Ich seh da keinen Namen. Ich bin auch nicht in der Kuppel. Schleif... Ah! Er hat mich geportet. Okay, hast du jetzt Equipment wieder? Hast du dein Zeug wieder? Was? Nein! Mein Zeug! Alter! Mann! Irgendwie und Pär. Irgendwie kriegen wir das aber schon noch hin. Ja, 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 klar. Alles braucht seine Zeit. Wie ist das eigentlich, wenn man in der Friedensphase stirbt? Dann, äh, also, man hat nur in der Battlephase ein Leben. Ja, okay, das wäre irgendwie scheiße. Ich seh schon kommen, dass ich dann irgendwie hier runterfliege, dass das einfach nur vorprogrammiert. Ja, du bist ja eh so der Battle-Erfahrene. Das ist jetzt mein erstes. Ne, mein zweites Battle, wo ich mitmach. Aber irgendwie sind die alle unfähig! Ich mit eingeschlossen anscheinend. Geht's jetzt los, weil hier ein Block weg ist? Oder was ist da? Hast du dein Zeug wieder? Ich hab Wünsche-Wünsche getrollt. Ja, es geht los! Ich hab aber mein Zeug nicht! Egal, wir machen das auch so. Ja, ja, du hast dein Zeug ja noch. Wir laufen erst mal in die Richtung. Okay, das Bio sieht vielversprechend aus. Gibt's eigentlich irgendwelche Löcher bei den Brücken oder so? Äh, nee, nee, gibt's nicht. Da brauchst du dir keine Zeugen machen. Gut, ich bin so ein bisschen paranoid. Aber guck, hier siehst du schon mal schön die Erze. Äh, ich, ich baue hier schon mal den Baum ab. Äh, gehst du Stein farmen, würde ich sagen. Ja, okay, dann können wir jetzt gleich Steinwerkzeuge machen. Weil, äh, du hast ja die Holzwerkzeuge. Ich hab gar keine Werkzeuge, weil ich gestorben bin. Äh, 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 äh. Hey, oh, da willst du, wie unfähig die waren, gell? Egal, wir kriegen das schon, wir kriegen das noch hin. Ich weiß, wir werden gewinnen das. Da bin ich zuversichtlich. Ja, glaub ich auch. Gibt's eigentlich auch Diamanten oder sowas? Oh, da hinten ist Zuckerrohr. Ja, klar, hier gibt's alles. Das sind halt alles in, äh, Kuppeln gebaut. Wenn das alles gut ankommt, bin ich ja am überlegen, ob ich dann, äh, eventuell Staffel 2 oder so halt irgendwas mach. Mal gucken, wie das Ganze jetzt hier ausgeht. Äh, ich lad's auf jeden Fall hoch. Egal, ob's, äh, Bonik ist oder nicht. Äh, äh, Hauptsache, ich hab... Bonik? Hast du gerade Bonik gesagt? Naja, wie eine Bohne. Okay. Kennst du das nicht? Nein, der Begriff ist mir nur einfach neu. Bonik? Noch nie was davon gehört. Voll Bonik, Mann! Hört sich auf jeden Fall interessant an. Hast du die Kohle da abgebaut? Ja, ein bisschen was. Und ich hab ein bisschen Stein. Ich hab Workbench. Okay, stell hin, ich mach uns gleich zwei Spitzsacken. Gut, äh, wunderbar, wunderbar. Warte, wie lang ist nochmal die Friedensphase? 30 Minuten und die lade ich auch an einem Stück hoch. Erst ab, äh, der Battlephase gibt's dann kleinere Parts. Oh, da haben wir ja Zeit. Ich meine, eine Stunde. Ja, ja, wir haben, wir chillen. Ja, du musst mich nicht hauen. Ich hab dich nicht gehauen. Ich hab mich noch. Das war der Baum. Dann mach ich einen auf Doms und schieß dich mit der Bazooka weg. Ich guck Doms' Battle nicht. Ich find das gar anweilig. Ansichtssache, ja. Ja, also, äh, der Star in dem Battle ist eh Schlendi. Ja, genau. Die Kompetenz in Person. So, ich baue die Kohle, ja. Und dann würde ich sagen, graben wir uns direkt da runter. Oder? Ähm, kann man hier Höhlen finden oder muss man sich da einfach wirklich immer runtergraben? Ich, ich bin mir nicht sicher, ob es hier überhaupt Höhlen gibt. Müsste doch eigentlich. Ich, ich hab irgendwo mal Lava runterfließen sehen aus so einem Spalt, wo ich in die Ferne geguckt habe, gerade hier. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, ja, werden wir auf jeden Fall herausfinden, aber ich bin dafür, dass wir uns jetzt erstmal Eisen zulegen. Und ich mir jetzt auch erstmal ne Fackel mach, damit die Zuschauer auch etwas sehen. Ja, ich hab ja Fackeln, ich kann dir ein bisschen was abgeben hier. Oh, nee, jetzt hab ich mir extra welche gecrafted. Oh, oh, nee, oh, nee, oh, nee. Oh, nur. Eins. Ohne Witz. Oh, nur. Du kommst die ganze Zeit mit solchen neuen Begriffen, von denen ich keine Ahnung habe. Oh, nur ist ein Spieler. Der spielt hier mit. Ach so. Okay. Schlemmen, du bist so doof. Lass mich. Ich bin inkompetent. Ich darf inkompetent sein. Oha, oha, hier fällt man runter. Hier ist Ende Gelände. Jetzt könnte ich dich ja hauen und einen auf Domsen machen. Das wäre so der perfekte Augenblick gewesen. Warum, erzähl mir mal, was hat das mit Domsen zu tun? Ähm, ja, also in dem Battle, wo ich dabei bin, ist es halt mal geschehen, dass Domsen seinen Teamkollegen aus Versehen mit einer Bazooka erwischt hat. Echt das? Ja, das war extrem witzig. Geil. Aber naja. Oh, scheiße. Ah, ich hab Eisen. Gut, ich mach's schon mal in den Ofen, glaub ich. Ähm, die Workbench ist noch oben, oder? Kann gut sein, aber ich kann noch mal eine machen. Nö, wir müssen jetzt kein Holz verschwenden. Naja. Ich glaub, da hinten seh ich auch die anderen. Na, nee. Wie sieht das eigentlich aus? Wer achtet auf die Zeit? Äh, wer achtet auf die Zeit? Das wäre auch mal eine interessante Frage, die man klären könnte. Fragezeichen. Also, es ist wirklich ein 0815-Battle. Ich hab gedacht, äh, ich mach hier wirklich was, äh, wo Abonnenten mitwirken können. Und, äh, ich denke, ja, mal gucken, also... Da ich dabei bin, wird es ein vollkommenes Desaster. Genauso wie damals Cube Control mit Spark. Weißt du's noch? Ja, das lief auch nicht sonderlich gut. Spark durfte ja am Ende dann alleine mit dem Bogen durchwaschen. Ja. Hat's auch fast noch geschafft. Aber alles hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja, hat das... Kann ich da ja Eisen kurz haben, dass ich's schmerzen kann. Äh, ja, Moment, 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 Moment. Ich verbrauch nur noch kurz die Spitzhacke. Warte, warte, du bist ja hinter mir. Hier, 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 hier. Hast du neuen Skin-Schleppen? Brauchst du irgendwas zu essen? Ähm, ich, ich, ich bekomme gerade ein Skin-Pack gemacht. Und das ist ein Skin davon. Aber nicht der beste, bei weitem nicht. Warum benutzt du den dann? Ähm, weil ich ihn mir ansehen wollte und ihn dann vergessen habe, rauszumachen. Schlecht. Ah, meine Spitzhacke ist am Sack. Machst du mir nochmal... Naja, jetzt haben wir ja gleich Eisen. Ja, willst du dir eine Eisenspitzhacke machen oder lieber rüsten? Ich weiß nicht. Ich mein, es bringt es ja eigentlich nicht unbedingt. Vielleicht eine, falls wir mit Glück Diamanten finden, aber... Zwei ist übertrieben eigentlich. Warte mal, ich geh mal nach oben, guck in die anderen Biome kurz rein. Wir dürfen uns ja noch nicht angreifen. Ja. Das heißt, du regelst das jetzt? Ja, es wird nicht explodieren. Das kann ich schon mal versprechen. Das kann ich nicht in den FTB. Ich würde es dir aber zutrauen irgendwie. Warum ist irgendwas explodiert in den FTB? Bei dir? Nein. Nein. Erzähl mal. Ja, das ist so eine Sache. Beim Ultra-Projekt war es halt so. Ich habe einfach mal auf gut Glück irgendwelche Maschinen angeschlossen und dann... Boom. Boom. Genau. Das trifft es auf den Punkt. Sollen wir uns eine Kaktusfestung bauen? Eine Kaktusfestung? Das wäre an sich eine witzige Idee. Ich weiß nicht, ob es das unbedingt bringt, aber... Wieso nicht? So, ich habe jetzt mal für uns beide gleich Eisenschwörter. Das ist schon mal sehr gut. Und die Spitzhack haben wir auch. Wow, da drüben sind es Maragde. Nice. Leider können wir damit nichts anfangen, außer wir finden hier ein Dorf. Gibt es hier auch Dörfer? Bestimmt. Keine Ahnung. Müssen wir einen suchen. Vielleicht können wir ein paar Diamanten raushandeln. Soll ich dir mal dein Eisenschwert bringen? Nein, nein, nein. Warte, ich komme dann zu dir zurück. Mach einfach weiter mit dem, was du gerade machst. Okay. Ich weiß zwar nicht, was du gerade machst, aber mach weiter damit. Vollkommen inkompetent sein. Wie viel Eisen hattest du? Oh, da hinten ist eine Höhle. Ich selbst hatte gar keins. Das heißt, eine Höhle hast du? Deine F war mal weiter irgendwie. Ich gucke jetzt gerade mal, ob ich deine Höhle bekomme. Du hast eine Höhle gefunden. Aber da sind schon welche rein. Oh nein. Wir klauen denen einfach die Rohstoffe. Man darf in der Friedensphase nicht klauen. Alter, ist das eine fette Höhle. Wir dürfen doch sicherlich vor denen, deren Rohstoffe wegbauen. Nichts aus den Kisten, aber sonst. Wenn du das jetzt sehen könntest. Wenn du das jetzt sehen könntest. Ich schwöre, die haben 100 Brot Diamanten. Das ist die fetteste Höhle überhaupt. Geil. Das sind dann die Leute, die am Ende dann so mit Diamantrüstung antanzen. Glaube ich auch. Geil. Ich habe Redstone gefunden. Wow, was bringt uns Redstone? Absolut gar nichts. Richtig. Wir können uns eine Redstone-Rüstung machen. Genau. Lass uns ein paar Redstone-Blöcke machen zur Irritation. Genau, die setzen wir dann auf irgendwelchen Inseln hin. Und dann denken sie, Herobrine war hier am Werk. Der hat ja auch immer so mit Redstone so einen Fetisch. Ich habe einen neuen Redstone. Einfach im Crafting-Table so einen Würfelform. Bist du weiter am meinen? Ja, ich meine gleich weiter. Ich mache nur noch meinen Redstone-Block. Okay, okay, okay. Der Redstone. Der ist elementar. Ich gucke gerade, ob ich von außen irgendwo einen Dia sehe. Hier ist auf jeden Fall ein Schwein. Das kille ich kurz. Eine Höhle, eine ganz normale, wäre schon mal für den Anfang ganz gut. Ja, aber so wirkliche Höhlen gibt es hier glaube ich nicht. Außer die eine, die ich entdeckt habe gerade. Aber da sind schon die anderen Vögel drin. Wer ist da drin? Wenn du Vögel sagst, Lise... Keine Ahnung. Okay. Aber hier ist Eisen, hier ist Eisen, hier ist Eisen. Das baue ich auf jeden Fall ab. In der Höhle oder bist du auch wieder jetzt... Ich bin gerade über die ganzen Brücken gelaufen und habe halt geguckt. Ich mache mir jetzt kurz eine Workbench. So, mache mir eine Spitzhacke. So. Ähm... Darf man klauen. Darf man klauen. Der hat die Regel nicht gelesen. Ich wette dir das gerade an unsere Tour. Ich schaue mir zur Sicherheit nach. Das ist hier langweilig, Stripmein. Ich würde vorschlagen, wir suchen uns eine richtige Höhle, weil das hier ist auch nicht unbedingt ertragreich, um ehrlich zu sein. Wo ist das? Das wäre jetzt jedenfalls mein Vorschlag. Ach da. Das wäre jetzt jedenfalls mein Vorschlag. Ich nehme unser Zeug mit und ziehe mich dann mal wieder nach oben. Nein, das Eisen ist runtergefallen. Ich bin hinterher gesprungen. Sag mir, wo du so ungefähr lang bist, wenn man aus der Höhle rauskommt aus dem Eingang. Äh... Und mich bezeichnet man hier als die Inkompetenz in Person. Warum? Ach, nur so. Warum? Wie findest du eigentlich die Aktion von Coca-Cola mit den Namen da drauf? Du erwischst mich da gerade irgendwie auf einem kalten Fuß, weil ich davon absolut keine Ahnung habe. Ich bin geradeaus und jetzt in so einem... Ich hab gerade Cola-Konan. Ja, und dann weiter durch, äh, in, also ein Tiger-Biom. Dann in den... In was für einem Biom? Was? Tiger oder Tundra oder diese, diese komischen Folgen. Ach so, Tundra, okay. Dann weiter in den Dschungel und dann nochmal weiter. Von der Wüste aus komm ich nur in den Schneewald. Ja, und da weiter. Okay. Einfach weiter geradeaus, okay. Und da in den Dschungel und dann, äh, weiter in, äh, in was für einem bin ich jetzt gerade? Ich weiß es nicht. Ich platziere jetzt einfach hier einen Red Snow-Block, einfach mal eiskalt. Wir haben noch gar nichts, gell? Aber wir haben einen Red Snow-Block. Der Gedanke zählt. Ja, ja, klar. So, ich bin am Dschungel-Biom. Ich hab ne Idee, was wir machen. Oh, ich seh ne Höhle beim Dschungel-Biom. Ja, eben, das ist die, die ich meinte. Ah, ja. Amt. Ähm, wir, wir nehmen uns den ganzen Koppel, machen uns dann halt, äh, Schwerter und bauen uns dann in die Luft und tun die Verbindung kappen. Und dann campen wir. Okay. Okay, ich seh da schon jemanden. Wenn wir nichts haben. Weil wir haben ja Chance. Ich könnte ihn ja rein theoretisch töten. Ja, noch nicht. Es ist ja noch Friedensphase. Ja, rein theoretisch, sag ich gerade. Ja, rein theoretisch auf jeden Fall. Boah, wie viel mehr kannst. Na, ich nehm gleich ein paar Schweine mit. Ja, nehm ein paar Schweine mit. Das ist gut. Hast du mir ein Steinschwert gemacht? Ein Eisenschwert. War's auch noch? Geil. Ja. Okay, ähm, ich komm jetzt aus dem Dschungel. Okay, ne, da ist keine verdammte Brücke. Boah, der Dschungel ist so unübersichtlich. Ähm, in welches Biom bist du nochmal vom Dschungel aus? Äh, ich weiß nicht. So ein Waldbiom, glaub ich, war's. Äh, okay, ich glaub, es gibt hier sowieso nur eine Brücke. Ich muss mal schauen. Ja, es gibt nur eine Brücke. Das ist halt ein bisschen unübersichtlich hier im Dschungel. Ja, ja, ja. Aber wie findest du die... Ah, ich hab ne Höhle. Wie findest du die Idee von dem Battle? Also, ich find's mal mit solchen Biosphären eigentlich richtig geil. Ist mal was anderes. So, ich bin jetzt wieder im Schneewald. Hast du da hier eine Workbench platziert? Äh, ja, ja, ja. Ah, okay, dann geht ein Gang runter. Genau, geht da runter. Ah, ich seh den Namen. Okay, perfekt. Gut, lauf hier lang. Hier hab ich ne hässliche Höhle entdeckt. Okay, hier willst du dein Schwert? Ja. Ja. Danke dir. So, zwei Eisen haben wir noch über und eine Eisenspitzsacke für Diamanten. Ja, ja, komm mit runter und lass die Höhle hier ein bisschen betrachten. Uh, die sieht ja cool aus. Naja, aber leider keine Rohstoffe anscheinend, außer Kohle halt. Da ist auch nur in der Wand. Warte mal. Wir kriegen immer solche Gammelhöhlen ab. Da oben ist Eisen. Wo? Da oben an der Decke. Ah, ich seh's auch. Ähm, ich brauch vielleicht mal ein bisschen Kappen. Hier ist auch Eisen. Wo? Ich, ich, wo ich gerade bin. Da in diesen kleinen Abschnitt rein. Ich hab nochmal vier Eisen. Ich grab mich mal hier ein bisschen rein. Ich lauf noch ein bisschen den Gang weiter, vielleicht find ich noch was. Ne, Sackgasse, nur noch Kohle. So, äh, hast du ne Workbench mit? Ähm, ja, Tatsache, hab ich sogar. Wo bist du? Ach, da oben. Ich hörste die hier runter in der Höhle. Ja, platzierst immer. Ich brauch jetzt ein bisschen Kabel ab und versuche, das Eisen an der Decke zu kommen. Ja, ich mach das Eisen dann in den Ofen. So. Okay, ich werf dir mal mein Eisen auch runter, okay? Okay. So, hier. Hey, du hast mir ein benutztes Eisenschwert gegeben. Ja, das ist... Ich will nicht mit falschen Anschuldigungen aufkommen. Ja, ja, ja. Das meine Sicherheit mit Mehrwert wäre erst... Oh, ich hab ja schon genug Kabel. Ich hab schon ein Stack. Hab's bloß nicht gesehen. Ich geh jetzt mal hier ein bisschen gucken, ob ich nochmal eine Höhle finde. Indem ich einfach mal hier... Weil diese flache Wand, die gefällt mir da irgendwie nicht. Ich glaub nämlich, dass dahinter irgendwas ist. Ist eigentlich Stripmine erlaubt? Warum sollte... Ich verstehe nicht, warum das nicht erlaubt sein sollte. Es geht mir genauso, aber es ist irgendwie... Wie viel, dass das nicht erlaubt ist. Ich ralle das einfach nicht, warum das so ist. Ich mein, natürlich. Für ne Aufnahme ist es vielleicht unter Umständen etwas langweilig. Aber sonst... Mhm. Was gibt's da denn auszusetzen? Eben, ich versteh's auch nicht. Lol! Das dürfen die doch gar nicht. Was ist los? Da oben zu denen... Ja, da dürfen sie sich hinbauen dahin. Fuck, Mann, die haben ne Eisenrüstung schon. Wir sind gearscht. Was? Schlendi und ich haben nichts. Schlendi, mach weiter mit dem, was du klein machst. Dass man den Battle gewinnen, wird wohl nichts mehr anscheinend. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Locker. Ich baue mich jetzt ein bisschen rum um die Kuppel. Sind ja immerhin die Mega-Pvp-Skiller hier. Bist du nicht so der PvP-Typ? Doch, ich own alle. War das jetzt Irony? Nee. Neee. Nicht? Achso, und ich hab nochmal Eisen gefunden. Ich frag mal, wie lange wir noch haben. Oha. Können wir das so ungefähr einschätzen? Rein theoretisch könnten wir uns... Mach uns einen Eimer Wasser. Ich seil mich dann hier ab. Wo wirst du dich abseilen? Wirst du dich ab dieses kleine Flauschding? Da unten, ja, da unten gibt's bestimmt viele Rohstoffe. Okay, den Eimer hab ich schon mal, aber ich, ich, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal hoch soll. Ich, ich hatte gerade so einen Lauf. Ja, wir brauchen Wasser, Mann. Äh, meinetwegen mach ich's halt. Bei mir dauert's viel zu lange, Schlenderman. Wie kommst du eigentlich auf den Namen Schlendi? Das ist eine gute Frage, die ich mir selbst nicht mal beantworten kann. Really? Ja, ist so. Das, das, das ist einfach so entstanden. Und nicht, wie man vielleicht annehmen könnte vom Schlenderman, sondern das, den Namen trage ich schon viel länger. Ja, haben sie dich in der Schule so genannt? Ja, da haben die mich immer gehänselt und voll fertig gemacht und zusammengeschlagen. Echt jetzt? Dann bin ich immer traurig in der Ecke. Du armer Schlendi. Mhm. So, jetzt müsste ich, ne, ich bin noch nicht drüber. Weil das auch kein Sarkasmus war. Ja, doch. Jetzt muss ich mich so nochmal hochgraben, dann mach ich das jetzt meinetwegen. Schneller, Schlenderman, äh, Schlender. Ja, jetzt bin ich schon oben und ich hab beim Hochgraben Eisen gefunden. Das ist doch geil. Das ist Slendi. Slendi. So, das müsste passen. Ich hab die Sache hier gesichert. Okay, also keinen neuen Einmal machen, ich hab schon einen. Und ich hab nochmal ein bisschen Eisen im Gepäck. Düse her, schneller. Schlendi, los, los. Ja, ich, ich, jetzt ist ja auf mich so anzustacheln. Cool, in unserem Biom gibt es nicht mal Wasser. Das ist ja geil. Dann, geh irgendwie weiter, ich versuch das irgendwie. Ja, geil. Ähm, es schließt einen Dschungel und eine Wüste an. Ich versuch mal mit dem Dschungel. Scheiße. Den Dschungel wird's wahrscheinlich auch geentwickeln. Ich glaub, wir sind gearscht. Ach, nö. Da hinten, ich hab Eisen entdeckt. Ich hab Eisen entdeckt. Also, ich, ich wette, dass wir das noch, das reißen wir noch einfach. Was deren Nachteil ist, ähm, die sind ja auf so einer höheren Plattform. Wenn wir dann später ein paar Spinnen töten und uns einen Bogen machen, haben wir den Vorteil. Ja, bevor uns die nicht töten, die spinnen. Ach, das sind Noobs. Die spinnen. Die können sowas nicht. Oh, geil. Im Dschungel gibt's absolut kein Wasser. Trollen erlaubt. Nein. Und, und da schließt nochmal ein Wüstenbiom an. Was ist das eigentlich? Was machst du? Ich suche Wasser. Ja, dann such, äh, dann find aber auch Wasser. Ja, das, das, das kannst du so einfach hinstellen, wenn du nicht suchen musst. Ich kann ja gerne dir den Eimer geben, und dann darfst du suchen. Das können wir auch machen, meine Wege. Ja, Redstone ist doch geil. Ja, Redstone ist scheiße. Wir machen jetzt so voll die ausgeklügelte Redstone-Falle und die werden da sicherlich reintappen. Kriegt es hin. Jawohl, ich bin wieder bei Eisen angelangt. Ich, ich, ich gehe jetzt einfach wieder in ein anderes Biom rein, das ist mir jetzt zu blöd. Hä, da kommt jemand zu dir runter. Das darf er aber nicht. Also, er darf gern kommen, aber mir was antun darf er nicht. Ja, okay. Schreib ihm einfach, dass sie sich aus unserer Höhle verpissen sollen. Wer ist das so gekommen? Ähm, zwei komische Namen, die ich mir nicht merken kann. Berkay. Oh, diese Penis. Der schon wieder. Ah, da hinten ist ein Biom mit Wasser wahrscheinlich drin. Ja, schneller, Schlendi. Wir haben nicht ewig Zeit. Das ist deine Meinung. Ja, es ist aber auch so. Sag mir nicht, dass... Ah, doch, da ist Wasser drin. Perfekt. Und jetzt komm schnell zurück, Schlendi. Ja, bleib ruhig. Wir haben alle Zeit der Welt. Schlendi ist übel gechillt. Geh weg! Ich bin mir sicher, dass wir das mit unseren Hardcore-PVP-Skills sowieso schaffen. Das würden wir sogar mit einem Holzschwert schaffen. So, ähm, ich muss mal wieder den Eingang finden. Scheiße, Mann. Die sind hier in unserer Höhle. Und ich hab ihn geschlagen. Ähm... Hoffentlich schlägt er nicht zurück. Hat er nicht. Äh, warte mal. Soll ich uns zwei Eisenoberteile machen? Ja, das wär ganz gut. Das kannst du machen. So. Ich komm mal wieder runter mit dem Wasser. Das ist sehr gut. So, ich hab meins an. Go, 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 go. Go Eisen. Go Eisen. Go Eisen. Ach nee, ich bin falsch gelaufen. Ach, Schlendi! Ich wette, ich hab einfach den Eingang zu der Höhle zugebaut, sodass ich ihn nicht wiederfinde. Ach, doch. Ja, alles ausgetüftelt hier. Ja. Warte, wie viel brauch ich da? Verschwörung. Äh. Nein! Mir fehlt noch. Mir fehlt noch eins. Eins, eins. So. Und jetzt können wir uns noch eine Eisenschaufel machen. Geil. Ich hab noch, ähm, vier ungebratenes und, ähm, fünf gebratenes Eisen. Das ist gut, dann mach du weiter und dann mach uns noch, äh, wenn du's hinkriegst, äh, Hose oder so. Gib mir den Wassereimer. Den Wassereimer? Jupp. Ich strip meine dann so langsam mal weiter. Ah, nö, sollen wir noch eine längere Friedensphase machen? Nö, nein. Mir ist das eigentlich egal. Nö. Wenn dann richtig. Gewinnen tun wir ja sowieso. Ja, eben. Ich hab ja Schlendi bei mir. Hm, da kann nichts schiefgehen. Solange nichts Hochexplosives in der Nähe ist. Ich weiß noch, wie du dich bei dem Cube Control Battle, äh, wie du gesagt hast. Ja, also ich wollt nur sagen, äh, ich, äh, kann nichts oder so irgendwas, hast du gesagt. Nö, ich hab mich nur im Voraus bei euch entschuldigt. Ja, genau, das war's. So, ich seil mich jetzt ab. Ja, das, 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 das muss ich inzwischen nicht mehr machen. So inkompetent wie damals bin ich jetzt nicht mehr. Aber ich? Okay, anscheinend bin ich doch inkompetent. Warum, was hast du jetzt gemacht? Ich hab einmal im Kreis gemeint und bin dann wieder vom Stripmine her an der Wand rausgekommen. Okay, Schlendi ist inkompetent. So, gut. Ich bin unten auf dieser kleinen Kuppel. Okay, ich komm dann nachher auch. Ah, wie lange eigentlich noch? Zehn Minuten hat er vorhin geschrieben. Zehn Minuten, ich frag nochmal, wie lange jetzt? Ich, ich, ich brauch das. Ich brauch die Information. Er braucht den Druck. Genau, sonst, unter Druck kann ich gut arbeiten. Tito. Ich hätte irgendwie so das Gefühl, dass das Eisen eher auf den höheren Ebenen vorhanden war. Vielleicht geht man ein bisschen höher und macht das nicht so tief. Tu das, was du willst. Du hast das irgendwie schon so abgeschrieben. Langsam hab ich das Gefühl. Tu doch was, du willst. Es ist mir doch egal. Ich hab keine Hoffnung mehr. Es ist aus und vorbei. Ah, ich hab kein Eisen gefunden. Verdammt. Okay. Warte, ich, ich baue mich jetzt mal hier außen rum. Was machst du eigentlich? Ich bin unten auf dieser kleinen, äh, Kuppel. Hm. Oh. Und ich hab mich irgendwo raus gemeint. Äh, Eisen. Puh, gibt's hier gar nichts, Mann. Es gibt viel zu wenige Rohstoffe hier. Es geht einfach nicht so. Ja, 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 ja. Ich mein, es ist ja eigentlich darauf ausgelegt, dass, ähm, das hier für Survival benutzt wird, oder? Oder? Äh, ja, ja, klar. Muss da schon so ein bisschen nerven. Ich hab Gold gefunden. Ja, rein theoretisch hast du ja mehr Kuppeln, aber der hat für das Battle hat er nicht alle Kuppeln benutzt. Äh. Ich hab ein Smaragd gefunden. Jetzt, jetzt, jetzt haben wir gewonnen. Das, das ist, wenn man ein Smaragd findet, hat er automatisch gewonnen. Ich find, das sollte man noch als Regel einführen. So im Nachhinein. Wenn wir ihn gerade gefunden haben, kann man das ja machen. Puh, hier ist nix. Das ist mal Eisen. Ach man, wir haben noch sieben Minuten, hab ich gerade erst gelesen. Verdammt. Warum lest du das jetzt erst? Das hat er vor sieben Minuten geschrieben. Hm, guter Punkt. Okay, ich, ich, ich find eindeutig hier nichts mehr. Das geht doch nicht. Ich hab jetzt schon meine komplette Spitzhacke aufgebraucht. Eisenspitzhacke? Ja, Diamanten finden wir sowieso keine. Really? Ja, weil ich keine andere mehr im Inventar hatte. Wow, ich hab keine gefunden. Geil. Coca-Cola. Die fehlende Eisenrüstung machen wir einfach durch unsere PvP-Skills wett. Dann passt das schon. Nein. Mein Sack ist im Arsch. Äh, mein. Meine Hacke ist am Sack, wollte ich sagen. So, ich hab jetzt noch zehn Eisen. Ähm, was soll ich damit tun? Ähm, zwei Helme? Äh, ja, mach zwei Helme. Besser als gar nichts. Guck mal. Ich muss da wieder rum. So, dann zieh ich meinen gleich mal auf. Ähm, ich mach mir vielleicht nochmal, äh, drei Kabelstone-Spitzhacken. Kann ich vielleicht nochmal. Wollen wir uns, äh, verbunkern? Ähm, du hast dich doch zu dem Ding da unten hin gemeint, äh, beziehungsweise runtergelassen. Sollen wir nicht da hin? Willst du da unten dann bleiben? Wollen wir uns da unten eine Festung bauen? Ja, wieso nicht? Müssen wir uns erstmal finden. Es ist doch dann, äh, voll gemein. Es hat gehiesen, wir sollen nicht campen. Ah, nee, es hieß, wir sollen nicht unter der Erde campen. Haha. Immer auf die Details achten. Hm. Ich seh dich da unten. Ich, ich, ich mein noch vielleicht ein bisschen. Der wird ja sicherlich irgendwie fünf Minuten oder so davor Bescheid geben, denke ich mal. Wenn du willst, kannst du dir schon mal dein Zeug holen. Halt deinen Helm. Wenn du dann noch an mir drauf kommst. Nja. Naja, dann meine ich so lange einfach mal weiter. Ich, ich komm hoch. Tukatukatukata, tukata, 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 tukata. Darf man nur Kuppeln benutzen? Äh, nee. Was? Auch die kleinen, äh, halt für Ärzte. Was, was labert der her? Was, äh, was ist das für eine blöde Frage? Das, äh, egal. In der Mitte. Ich, ich sag jetzt einfach mal nichts. Ich hab jetzt nicht die in der Mitte benutzt. Ich hab die benutzt, die, äh, etwas außerhalb ist. Hm. Was soll's. Was soll's. Und ich hab meine Trinkflasche umgeschmissen. Geil. Da läuft hier überall Zeug aus. Ja, ernsthaft. Ja, aber das ist nur ein bisschen Wasser. Das passt schon. Jetzt wissen wir, wie unkompetent, äh, Schlendi wirklich ist. Wie unkompetent ich bin. Ja, ich, ich, ich find, unkompetent bin ich auch. Achso, nee, das heißt inkompetent. Scheiße. Naja, gibt Schlimmeres. Hm. Das ist auch hier nervig, dass es kein Eisen gibt. Wie haben die eigentlich ihre Eisenrüstung bekommen, frag ich mich. Ja, das ist, das ist gut, frag. Haben die auch so eine Mörderhöhle gefunden, oder? Ja, die haben eine richtige Mörderhöhle gefunden. Nun, kannst du mir jetzt mal sagen, wo du bist? Ich bin noch in derselben Kuppel. Ja, aber ich hab deinen Namen gesehen, jetzt seh ich ihn nicht mehr. Grab dich mal hier frei. Ja, ich, ich, ich bin, dreh dich. Hier, komm zurück, komm zurück. Ah, so. Eisenhelm. So, hier, nimm mal deinen Helm. Danke. Und ich strip meine da weiter. Okay, okay, okay. Äh. Noch zwei Minuten. Äh, schlepp dich, wir haben's drauf. Wir, wir, wir schaffen das noch, ich sag's. Das machen wir alles durch unsere Hard-Kopp-PVP-Koß mit. Ich mach mir, ich mach mir jetzt noch ein paar, äh, Spitzhacken. Und dann machen wir, äh, oh, lass uns eine runde Spleef machen. Hast du Erde? Nee, leider nicht. Ich hab drei Erde. Wir können noch ein geiles Spleef machen. Warte, dann, dann, dann lass uns, äh, draußen ganz viel Koppel machen. Und das, und wenn die kommen, bauen wir die Spitzhacken ab. Äh, mit den Spitzhacken die Koppels ab. Das ist die Taktik, Mann. Die definitiv funktionieren wird. Die funktioniert, Mann. Wir sind gut, Schlandy. Aha. Mega PvP-Pros. Spleef-Battle. Ja, okay, Spleef-Battle kriegen wir auch hin. Ja, ja, ich, ich mach jetzt hier unten einfach, äh, einen fetten Weg. Oh, nicht selber runterfallen. Wuhu, 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 wuhu. Und so lang suche ich einfach mal noch nach Eisen. Vielleicht haben wir noch zum Schluss Glück. Wäre ja möglich. Was irgendwie scheiße wäre, wenn ich jetzt jemanden finden würde. Das wäre irgendwie deprimierend. Die Eisenspitzhacken war eigentlich völlig umsonst, wenn ich das so im Nachhinein betrachte. Ja, richtig, Schlandy. Ich hätte mir nämlich erst eine gemacht, wenn ich Dias gefunden hätte. Das wäre natürlich schlau gewesen. Ich hab voll die gute Taktik. Die rechnen nämlich nicht mit damit, äh, so eine Spleef-Taktik. Jetzt ist PvP. Okay, dann beende ich die Folge und es geht weiter in der nächsten mit PvP.